So, hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir mal, wie ihr seht, eine Runde CSGO. Und zwar werden wir einfach ein bisschen Deathmatch spielen. Ich denke, demnächst kann ich auch mal andere Modi testen, aber wie ihr wisst, sind ja meistens Deathmatches, so mein Lieblingsmodus. Und deswegen habe ich gedacht, mache ich das gleich jetzt auch mit CSGO. Und ja, ich wünsche euch natürlich viel Spaß beim Zusehen. Also Leute, wir werden auf jeden Fall die AWP spielen. Die Runde hat jetzt schon angefangen, egal. Also, wir können jetzt diese Runde wahrscheinlich nicht mehr so viele Kills machen. Aber in der nächsten Runde können wir dann loslegen. Ich glaube, es ist einer. Okay. Komm, zeig es mir. Okay, da ist Foto. Da ist einer. Ja, wer schießt hier? Wie immer. Da hört sie sofort auf damit. Ja, ja, doch wird sie immer noch, Leute. Ja. Höh. Na ja, die ganzen peinlichen Sachen werden wir ja nicht sehen. Wurde ja auch schon bei Velocon rausgekattet. So sah es aus, als gäbe es nur gute Momente. So. Ah, hallo. Hör. Das war nicht so gut gerade. Oh, Leute. Oh, Leute. Das hat mich gerade. Das hat mich gerade gerade etwas verwirrt. Oh, ich kann sie auch noch nicht beschießen. Zeig ich bitte noch mal. Hä? Was ist das? Ach so, der lebt immer noch. Cool. Ich dachte, ich hätte den getroffen. Aber anscheinend nicht. Ah, hallo. Ah, cool. Ja. Cool. Cooles Spiel. Nein, ist da das denn gerade? Ah, da kommt hier einer ange... Lauf. Oh, den habe ich verhauen. Alter, was habe ich denn da gemacht? Oh, zeig dich doch. Okay. Ich bin der Heilungsspritze. Und hoffen, dass die mir kommt in der Zeit. Oh, das ist der. 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 Okay, da ist noch einer gestaubt. Von hinten. Hier müssen wir jetzt noch Leute sein. Ah, da ist noch einer. Da kommt noch mal einer gleich. Okay, zeigen sie sich. Ah, okay. Dann hat der Mage schon bekommen. Ah. Ah, hier sind die ganzen Leute. Okay, jetzt gehen wir mal auf die Seite. Weil wir wollen natürlich viel zu tun. Aber egal Leute, die erste Runde ist ja schon mal ziemlich gut gelaufen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich in der zweiten Runde. Weil ich muss auf jeden Fall noch meine aufnehmen, sonst kann ich ja nicht auf 10 Minuten. Vielleicht wird das hier auch die erste Aufnahme sein, die auf meinem Kanal NWQHD hochgeladen wird. Da muss ich noch schauen, Leute. Aber... Das würde sich auf jeden Fall mal anbieten. Ich muss sagen, jetzt beginnt die zweite Runde. Was sind das für Leute? Hey, ich muss mich mal in Ruhe jetzt hier. Ich muss los. Hey, hey, hey. Alter, du hast ja dann schon gespawnt. Jetzt, jetzt komm. Hallo? Mein Name ist dir. Hallo? Ach man, ich wollte no scope. Die Gegner verstehen natürlich schon wieder keinen Spaß. Dann müssen die Leute alle dieses Spiel so sehr ernst nehmen. Hey, beruhigen Sie sich mal. Ach, hallo. Nee, 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 nee. Nee. Okay, Leute, das ruf halt mal an. Dann werde ich jetzt nicht rangehen. Okay, Leute, ich sollte kurz rangehen. Mein Gott. Was ist denn alles passiert, während ich weg war? Das habe ich jetzt alles gar nicht mitbekommen. Na ja, ich werde es ja beim Kappen sehen. Hä? Das hat gerade eine Nasen-Bee-Lock. Ich werde gerade für einen kurzen Augenblick afk. Also, jetzt beruhigen Sie sich doch erstmal. Jetzt beruhigen Sie sich jetzt auch mal. Auswitzen. Jungen, da schreien der Schweine in den Chat. Die Leute auf Drogen. 3 more Kills, then you win. Ah, hallo. Ah, da ist One Minutes, neuerdings. Äh, jetzt hören Sie doch mal. Körpergans. Schade. Puh, ich kann es nicht bleiben. Okay, es geht los. Sagt das wieder? Okay, let's go. Oh nein, dieser Typ. Nice, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich in der dritte Runde. Okay, let's go. Oh, er auch. Yeah, let's go. Nein. Was ist mit diesen Leuten los? Das ist... Okay, Leute. Ich mache noch keine dritte Runde mehr. Ich kann gerade nicht mehr. Äh, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und, ja, ich werde natürlich demnächst auch noch vielleicht andere Spielmodi spielen. Und ich hoffe, ihr lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Und ich würde mich auch mal wieder über ein paar Kommentare freuen. Da ist bei den letzten Videos war es immer ein bisschen... War ein bisschen wenig los. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.